Oh, die denken aber schon gut rein. Die rinken schon gut. Gelbe Windlichter. Und an das Reifengeräusch musst du dich dann auch schon mal gewöhnen, weil dein Mann will nämlich jetzt auch diese Reifen haben. Der war so geflasht jetzt davon, dass man damit fahren kann, aber die machen ein Laufgeräusch auf die Winterreifen aus den 70er Jahren. Das sind die Reifengeräusche. Das geht ja gar nichts. Das ist der Zwischenbölle. Jetzt los geht es an die Laufgeräusche. Das ist ein bisschen mehr. Das war ganz schön eng, wa? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nur wenn an der Vorderachse Schlupf entsteht, oder das Auto meint, es könnte Schlupf entstehen, dann schaltet die Hinterräder zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017